Morgen! Hallo! Hallo! So, roll mal mein Vorzeiger! Da! So, tolle Brücke haben wir da gebaut! Was ist denn? So nervst du denn, ist wieder alles gefegt heute, ich wusste! Absperrung akzeptiert der normale Deutsche nicht! Ich will doch da lang! Ja, seid doch nicht! Ich will da lang! Ich fahr hier immer lang, also fahr ich auch heute hier lang! Ich bin glücklich, dass er da abgesperrt hat! Ich hab die Gäste nie! Hallo! Alter, dann können wir ja noch... Moin! 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 Gute? Ja! 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 Die Leute sind total... ... Wir wollen aber nur... ... 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